Aber vielleicht will Gott gar nicht, dass wir alles leicht verstehen. Vielleicht will Gott, dass wir diesen übernatürlichen Glauben an ihn haben. Und vielleicht will Gott so in uns wirken. Hallo und herzlich willkommen bei Cut Plosiv. Liebe Zuschauer, wir haben die ersten Christen, ihr Lehrer, ganz klar identifiziert. An der Heiligen Eucharistie. Wir betrachten jetzt mal die Schriften des heiligen Ignatius von Antiochien. Dieser war direkt der Schüler des Apostels Johannes und wurde von Petrus zum Bischof von Antiochien eingesetzt. Aus der Apostelgeschichte wissen wir, dass in Antiochien die Jünger das erste Mal Christen genannt wurden. Also es ist eine biblische Gemeinde, eine biblische Kirche dort. Die Apostelgeschichte wurde um das Jahr 65 geschrieben. Die Briefe des Ignatius entstanden um das Jahr 100. Also eine Zeitspanne, wenn man noch betrachtet, dass der Apostel Johannes bis ins Jahr 96 gelebt haben soll. Eine Zeitspanne, wo ihr Lehren nicht entstehen können. So, wir wollen gar nicht lange drum herum reden. Wie beschreibt der heilige Ignatius die wahre christliche Lehre? Er schreibt es an die Philadelphia in Kapitel 4. Seid darauf bedacht, eine einzige Eucharistie zu feiern, denn nur eines ist das Fleisch unseres Herrn Jesus Christus. Nur ein Kelch zur Einigung mit seinem Blute. Einer ist der Opferaltar, wie nur einer Bischof ist, vereint mit dem Presbyterium und den Diakonen, meine Mitknechten. Ich sage das, damit ihr, was immer ihr tut, Gottes Willen entsprechend handelt. So, halten wir fest. Man soll darauf bedacht sein, nur eine Eucharistie zu feiern. Denn es ist Fleisch und Blut unseres Herrn Jesus Christus. Der Opferaltar, damit die Eucharistie im Zusammenhang steht. Der Bischof, das Presbyterium, also die Priester, die Priesterschaft. Presbyteros, das griechische Wort für Priester. Das Presbyterium, also das Priestertum, die Priesterschaft. Und die Diakonen. Und das alles ist der Wille Gottes, denn wir sollen Gottes Willen entsprechend handeln. Jetzt muss man betrachten, dass Ignatius nicht einfach bei Amazon eine Bibel bestellt hat und hat es darin gelesen und interpretiert irgendwas rein. Nein, er war direkter Schüler des Apostels Johannes, welcher ja sagt über die heilige Eucharistie, beziehungsweise welcher den Herrn Jesus Christus zitiert über die heilige Eucharistie, welcher sagte, Johannes 6,55, Mein Fleisch ist wahrhaft eine Speise und mein Blut ist wahrhaft ein Trank. Und beim letzten Abendmahl, von dem die synoptischen Evangelien berichten, also Lukas, Markus und Matthäus, da sagt der Herr ja, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird, das ist mein Blut, das für euch vergossen wird. Deshalb ist es ein Opfer. Der Leib wird hingegeben, das Blut für uns vergossen. Einen Tag vor der Kreuzigung sagte der Herr, dass er sein Kreuzesopfer sakramental vergegenwärtigt, das Opfer des neuen Bundes, das heilige Messopfer. Und deshalb auch der Opferaltar, von dem Paulus im Hebräerbrief ja schreibt, wir haben einen Opferaltar, von dem die Juden nicht essen dürfen. Denn wir Christen haben einen eigenen Opferaltar. Weil wir haben im neuen Bund auch ein Opfer, das ist die heilige Eucharistie. Malachi Kapitel 1 Vers 11. Das Opfer des neuen Bundes, von allen Nationen dargebracht, an jedem Ort der Welt. Ein Opfer braucht natürlich einen Altar im biblischen Kontext und ein Priestertum. Deswegen sollen wir in Einheit sein mit dem Priestertum. Fleisch und Blut unseres Herrn Jesus Christus, der Kelch zur Einigung mit ihm. Denn wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich bleibe in ihm. Wer mich isst, wird durch mich leben, wie ich durch den Vater lebe. So beschreiben die ersten Christen, die direkten Schüler der Aposteln, den wahren Glauben. Und jetzt gucken wir mal, wie sie die Ehrlehrer im Vergleich dessen beschreiben. Und da werden bei den Protestanten viele Alarmglocken klingeln. Das verspreche ich euch. Im Brief an die Schmonea in Kapitel 7 schreibt Ignatius folgendes über die Ehrlehrer. Von der Eucharistie feier und vom Gebet halten sie sich fern, weil sie nicht bekennen, dass die Eucharistie das Fleisch unseres Erlösers Jesus Christus ist. Das für unsere Sünden gelitten, das der Vater in seiner Güte auferweckt hat. Sie, die der Gnade Gottes widersprechen, gehen an ihrer Streitsucht zugrunde. Besser wäre es für sie zu lieben, damit sie auch auferstünden. Also, die Ehrlehrer halten sich von der Eucharistie und von dem Gebet ferne. Dieses Gebet in Singular, damit ist wahrscheinlich das eucharistische Hochgebet, gemeint das Wandlungsgebet. Denn sie halten sich von der Eucharistie ferne und von der Wandlung halten sie sich ferne, weil sie nicht bekennen, dass die Eucharistie wahrhaft Fleisch und Blut unseres Herrn Jesus Christus ist, welches für uns gelitten hat und der Vater auferweckt hat. Also, es ist keine Metapher. Er sagt, die Eucharistie ist Fleisch und Blut des Herrn. Dasselbe Fleisch, dasselbe Blut, was für uns gelitten hat und was der Vater in seiner Güte auferweckt hat. Und das leugnen die Ehrlehrer. Und sie gehen an ihrer Streitsucht zugrunde. Was wollte Luther als allererstes bekämpfen? Das Offertorium. Die Opfergebete bei der Heiligen Eucharistie. Er hat noch nicht die Realpräsenz, sich noch nicht getraut anzugreifen. Weil das wurde er bis dato immer geglaubt. Außer jetzt bei diesen gnostischen Ehrlehrern. Aber in dieser einen Kirche, die der Herr gegründet hat, war die Eucharistie immer gegenwärtig. Mit Fleisch und Blut unseres Herrn. Dann kamen beispielsweise die Anglikaner. Die wollten auch das Offertorium loswerden. Aber haben auch schon dann, also die Wandlungsgebete, Entschuldigung, das Aufopferungsgebet, dass es wirklich ein Messopfer ist. Das wollten sie auch auflösen, haben sie auch getan. Und sie haben auch die Realpräsenz, meine ich, beiseite geschoben. Dann kam Zwingli, Calvin, ich glaube, die kamen sogar davor. Auf jeden Fall jeder eine andere Meinung, eine andere Art des Abendmahlsverständnisses. Und sie gehen in ihrer Streitsucht zugrunde. Sie streiten sich wie die Protestanten heute. Sie nehmen Bibelferse, beschmeißen sich damit von links nach rechts, versuchen da alle irgendwie in Streitigkeiten ihre Position darzubringen. Und gehen damit zugrunde. Denn der Glaube der katholischen Kirche ist bis auf die Aposteln selbst, durch die Kirchenväter und Apostelschüler, wie ein roter Faden, nachzuvollziehen, dass das der ewige Glaube ist, den Gott uns übermittelt hat. Denn die Eucharistie ist wahrhaft Fleisch und Blut unseres Herrn. In dieser Gestalt des Brotes ist der Herr wahrhaft gegenwärtig nach der Wandlung. In dieser Gestalt des Weines ist der Herr mit seinem Blut wahrhaft gegenwärtig. Denn dieses Brot ist substanziell der Herr Jesus Christus und dieser Wein ist substanziell sein Blut. Auch wenn es akzidenziell, das bedeutet, die mit den Sinnen wahrnehmbaren äußeren Erscheinungen, was du mit den Augen, mit dem Geschmackssinn, mit dem Geruchssinn, mit dem Tassinn usw. wahrnimmst, ändert sich nicht. Doch, es ist wahrhaft Fleisch und Blut. Wie beim letzten Abendmahl, er nahm das Brot, gab es seinen Jüngern und sagte, das ist mein Leib. Es sah aber dennoch aus wie Brot und dasselbe mit dem Wein auch. Es war substanziell gewandelt. Das ist der Glaube der ersten Christen. Das ist der Glaube der Bibel. Und das ist der Glaube der katholischen Kirche heute. Und das ist der Unterschied, warum viele das zum Beispiel nicht verstehen, weil das ist eine göttliche Lehre. Wir sprechen hier von Mysterien. Wir sprechen hier von einem übernatürlichen Eingriff Gottes. Das ist nicht einfach zu verstehen. Natürlich ist es einfacher, jetzt in irgendeine Freikirche zu gehen und dann sagt einer, da steht wahrhaft Fleisch und Blut. Ist eine Metapher. Wir verstehen das ja nicht. Ist ja durch Naturgesetze nicht möglich. Und deswegen ist es so und so. Und dann ist es leicht zu verstehen. Aber vielleicht will Gott gar nicht, dass wir alles leicht verstehen. Vielleicht will Gott, dass wir diesen übernatürlichen Glauben an ihn haben. Und vielleicht will Gott so in uns wirken. Gepriesen sei Jesus Christus in Ewigkeit. Bis zum nächsten Mal.